So, hi Leute, da sind wir wieder mit Dust. Und ich fahre jetzt kurz einkaufen, hab mir... Stimmt, das habe ich gar nicht ausgerüstet. Ach, Mensch, da dürft ihr das sehen. Lasagne gekauft, es gibt jetzt Lasagne. Mit genau der richtigen Menge Käse. Oh, drei davon. Bams. Na komm. Scheiß Frosthexe. Ja, Fidget, danke. Ja, Fidget, danke. Wir wissen jetzt, dass du irgendwie... Na? Bisschen die Kretze hast, Mädel. Oh, nein, kein Schlüssel, okay. Fiff, baff. Okay, den kriegen wir so also nicht. Da müssen wir... Ich hab Angst. Wo lande ich hier? Eissapfen. Nochmal Eissapfen. Hilfe. Überall Eis. Eis, Schnee, tot und verderben. Hey, you know, you can use that cooler of yours to transport Bopo's snow down from the mountain. All right, give me a second. Great. That should keep it cold for Bopo. I'll be sure to give it to him if we ever find ourselves back in the mountain. Geh mal es wieder nach Schlammen, komm. Ganz ehrlich, allein, allein, um das Menschsein zu wollen, würde ich das jetzt gerne hinschaffen. Hm. Ja, jetzt treffen wir gleich das Fisch, was wir geweckt haben. Und dann ist definitiv was a bad idea. Ich seh's schon kommen. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Ja, ja, das ist mir schon klar. So, ich speichere mal fix hier. Ihr dürft mir beim Speichern zu gucken. Edgepage. Ah, okay. Puh. Okay, Axt, 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 Axt. Okay, hier drauf. Keine Sorge, ich hab das alles unter Kontrolle. Ist gar kein Problem hier. Oh. Vielleicht doch. Ich dachte, das kommt jetzt da oben irgendwo. Ja, gut, wo soll's da kommen? Okay. Okay, okay, okay. Schneestürme sind stressig, sag ich euch. Weil, wenn man gleichzeitig noch Lawinen ausweichen muss. Okay, ähm, wir machen das nochmal die Runde. Tüdelü. Immerhin habe ich jetzt noch einen Schlüssel mehr. Und einmal hier durch, zack, so, jawoll. Oh, hier seht ihr wahrscheinlich auch, was Yuvi grad spielt. Ja, Let's Plays aber nicht. Wir spielen das einfach so gerade. Jetzt haben wir uns beide mal so ein bisschen zugelegt. Mhm. Das ist auch ein verdammtes Suchtspiel. Vielleicht kann man, vielleicht werde ich das auch mal zeigen. Oder Yuvi oder so. Mal gucken. Halt. So. Ich glaube, das sind Skript-Events. Die kommen einfach, wenn man an der passenden Stelle ist. Will ich fast behaupten. So, hier müssen wir warten. Ja, ich erinnere mich. Ich habe gelernt. Das war alles nicht komplett doof, ne? Nur so ein bisschen. Hier, jetzt ist es halt still. Achso. Also ich würde... Uh. Kommen die als normale Gegner und nicht mehr nur als so Event-Ball-Event-Gegner-Boss-Dinger. Okay. Ist mir egal. Ob Fidget nicht reden kann. Vielleicht sogar besser so. Seien wir mal ehrlich. Ich meine natürlich, Fidget ist total lieb. Ich mag dich Fidget. Huh. Okay. Und so. Jetzt wird es hier richtig stürmisch. Ich habe das Gefühl... Ich werde hier keinen Spaß haben, ha? Okay, Level ab. Sehr gut. Ähm. HP. Achso. Und danach nicht mal Fidget wieder mit hoch. Hochbott. Okay. Wir müssen also hier runter. Hey, Händler. Und ab in die sichere Höhle. Ähm. Hey. Hey. Okay. Die Höhle war nur für den Schlüssel. Na gut. Nur für den Schlüssel ist auch mal. Schlüssel sind schon ziemlich gut. Das windet schon wieder so extrem. Ihr seht's ja hier auch an den Gegnern. Wie es uns hier durch die Gegend bläst. Das war schlecht. Wenn ich einfach nach links weitergehe. Was haben wir da noch? Bravo. Ich habe gehört, ihr wollt aufs Maul. Ein volles Pfund. Nee, das geht nicht. Oh hey, eine Eishäxe. Ich nenne sie jetzt einfach Eishäxen, weil ich nicht weiß, wie sie heißen. Macht aber auch. Was ist das denn hier? Da ist irgendwas. Das sieht aus wie so ein Stundenblas oder sowas. Ja, komm. Dankeschön, sei. Okay, dann sind wir hier am nächsten Speicherpunkt. Oh. Und den ist so eine Lawine natürlich egal. Das mache ich auch immer so mit Lawinen, ne? Ich stehe einfach drin und warte. Wo fährst du mich hin? Ich kann mir draufstehen. Bis hierher. Hui, ne Kiste. Aber die war jetzt auch nicht so schwer versteckt. Anhänger der Sümpfe. Ich brauche, die hier müssen wir dann. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Alles in der Kontrolle. Sie ist ein Zaun. Das heißt, wir nähern uns Zivilisation. Schauen wir auf die Karte. Ja, wir nähern uns so ganz langsam, aber sicher. Ich meine hier, ne? Ja, das ist mein Eck. Gehen bis zur Fahne. Achso, okay. Ja, das ist... Das heißt, ich haue jetzt erstmal die hier platt. Da oben wird das Zeug neu regeneriert. Ich mache die Kiste hier auf. Ich habe ja noch Schlüssel. Eigentlich habe ich das Gefühl, es ist eigentlich sinnfreisch, die Kisten aufzumachen. Und wäre sinnvoller, dass ich die Schlüssel aufzählen für die Freunde. Aber egal. Wir machen einfach Kisten auf. Und finden den Bauplan für ein Eis zu kriegen. Okay, zack. Hallo Jungs, was geht bei euch? So, und du noch. So. Alles okay da oben? Nein, du bist tot? Okay. Freut mich. Double Jumps sind einfach das Beste, was es gibt. Oh, da oben. Dann werden wir es eilig haben, glaube ich. Bis. Achso. Aha. Ich verstehe. Und zack. Ende. Die finde ich jetzt... Achso. Ach, da sind... Da ist sowas. Muss ich hier hoch? Äh, 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 äh. Ich glaube ja. Und sie nach rechts. Ich bin zu neugierig. Ich glaube, ich bin zu neugierig. Wo geht's hier hin? Das fährt mich bestimmt wieder runter. Ja, definitiv war das eine schlechte Idee. Au. Das übrigens auch. So, dann versuchen wir nochmal hier zu überleben. So, und zwei Lasanien schnell reinhauen. Kein Problem. Zwei Lasanien, alter, was für ein Fresssack. Okay, da unten ist es bestimmt... Ach, da könnte ich dann auf die andere Seite rüber und mir dort den Schlüssel zu holen. Ich verstehe, ich verstehe. Aber jetzt nicht. Oh. Okay, ich glaube, ich habe hier irgendwie... Äh, eine Abkürzung entschieden. So, wie wir es halt von mir kennen eigentlich. Ich habe Angst. Hört ihr, Ballast hat Angst? Ich habe noch mehr Angst. Ich habe gesehen, was da auf mich zukommt. Laufen, 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 laufen. Okay. Alles klar, alles klar. Das läuft. Alles cool hier. Kein Stress. So. Wo fährst du mich hin? Nögens. Danke für den Besuch. Bitte beheern sie uns bald wieder. Wir hoffen, ihr Aufenthalt hat ihnen gefallen. Ach so, da brauche ich jetzt hier... Ja, alles klar. Nee, für eine Kiste ist mir eigentlich zu viel Arbeit. Fidget muss man updaten. Update, ja. Muss man Upgrade verpassen. Hier ist es wieder windig. Aber ein Stopp, Donado. Der hilft auch gegen Wind. Okay. Haha. So ein Schneesturm, sowas habe ich in echtem Glück noch nie erlebt. Und ich glaube, das will ich auch nie wirklich haben. Ich meine, seien wir mal ehrlich. Das ist schon... ziemlich... Zack. Jawohl. Counter. Jetzt sind wir in der Hülle drin. Ja, das ist von der Optik... Ein Hit hat gefehlt. Alles klar. Alles sehr knappe Angelegenheiten hier. So. Unglaubliche Gegenwind. Haben wir hier unten noch was? Eine Kiste. Haben wir einen Schlüssel? Dann machen wir sie auf. Wenn wir schon mal da sind. Bergsteiger Ausrüstung. Das sieht auch schlecht aus. Obwohl die noch mal besser ist. Okay. Haben wir hier sonst noch was? Nein. Hallo. Kommt mich abholen. Danke. Das ist nicht nur Krieg hier. Das ist eine richtige Schlacht. Oh hey, ein Händler. Moin. Ja, hast du was für mich? Okay, es gibt wieder... Es gibt neue Lasagne. Aber... Was ich... Was ich ihm abkaufen will... Was sind die Dinger? Ja, pass auf dich auf. Mach ich. Und jetzt müsste ich eigentlich genug haben, um mir eine Bergsteigerausrüstung zusammenzubauen. Die rüsten wir dann gleich auch aus. Plus Versteigung Glück. Ach, plus... Ach, das ist ja hier Schnee von gestern, das Ding. Ach, das ist ja hier.